Die drei Direktiven des Podcasts lauten Diene dem allgemeinen Wohl Beschütze die Unschuldigen Und macht mit bei der großen Umfrage zu den besten Animations- und Zeichentrickfilmen jetzt auf kinotagesstätte.com und dann macht mit. Bis zum 16.9. stimmt für eure Favoriten ab. Hallo liebe Menschen da draußen. Das hatte tatsächlich was unfreiwillig Komisches und damit doch sehr gut passend zu dem Film, den wir heute besprechen. Nämlich Robocop. Anders dessen ist natürlich, dass wir uns dieser Dystopie widmen, ist natürlich die vergangene Landtagswahl hier bei mir in Sachsen, die natürlich auch dystopische Gefühle ausgelöst hat. Nein Spaß, der Film ist am Dienstag, also vor ein paar Tagen, wenn ihr das hört, im Kino nochmal gelaufen im Rahmen der Reihe Best of Cinema. Die gibt es ja schon sehr, sehr lange. Die bringen ja immer schöne alte Klassiker ins Kino und diesmal war Robocop dran. Und wir haben uns Robocop angeschaut, inklusive des Remakes von 2014 und sprechen jetzt darüber. Und wir, das sind ich und Marius. Hallo. Hallöschön, guten Tag. Marius, hast du Robocop das erste Mal jetzt gesehen? Ich habe den tatsächlich zum allerersten Mal gesehen. Ja, stand natürlich schon länger auf der Liste, aber war für mich immer so einer der 80er Jahre Actionfilme, die eher in zweiter Reihe standen. Irgendwie hat der Film für mich immer so was leicht Trashiges an sich gehabt, so vom Look her und irgendwie nicht mit dem gleichen Budget ausgestattet, wie es in Terminator oder sowas. Und daher war das immer so, ja, den schaut man irgendwann mal. Ich sage mal so, ich habe dem Film Unrecht getan, beziehungsweise er ist nicht so, wie ich ihn mir erdacht habe. Allerdings habe ich irgendwie auch nicht in meinen Kopf zusammenbekommen, dass das ja ein Paul Verhoeven-Film ist und deswegen natürlich man keinen 0 auf 15 Actionfilm erwarte. Natürlich nicht, natürlich nicht. Nein, auch bei mir. Ich war tatsächlich im Kino gestern zu dem Film, um mir auf dem letzten Meter noch anzuschauen. und meine Begleitung hatte ich ihn auch noch nicht gesehen und war dann auch höchst, höchstgradig überrascht, was das doch für ein guter Film ist. Und man muss sagen, auch wenn er jetzt schon 37 Jahre auf dem Buckel hat, der ist gut gealtert, nicht unbedingt von den Spezialeffekten her. Natürlich hat der Zahn der Zeit da genagt, aber was die ganze Geschichte, was den Erzählton betrifft, was die Themen betrifft, doch durchaus heute noch interessant und vor allem auch. Natürlich der Gewaltgrad, über den werden wir reden müssen, auch der ist für heutige Verhältnisse doch ungewöhnlich beziehungsweise überraschend. Ja, sorgt für Aufmerksamkeit, sagen wir mal so. Das auf jeden Fall. Ich denke auch schon damals. Du hast ihn im Kino gesehen. Ich habe ihn auf den letzten Metern bei Prime noch gesehen. Der war bis Sonntag noch im Amazon-Prime-Abo enthalten. Jetzt wahrscheinlich, weil er in die Kinos kam, dann erst mal nicht mehr. Vielleicht kommt er dann einfach bald wieder rein. Robocop 2 bis 3 waren er auch behältlich. Die habe ich leider nicht mehr geschafft. Schade, weil Teil 2 ist von Irwin Kirschner, der Typ, der Star Wars Episode 5 gemacht hat. Und das hätte ich mir doch ganz gerne angesehen. Es passiert in diesem Podcast öfter, dass wir sagen, ach, der ist ja von Irwin Kirschner, habe ich das Gefühl. Ja, das ist ein typischer Regisseur, wo du sagst, ach, das ist von dem, ach ja, schön. Wir sollten eine Irwin Kirschner-Folge machen. Das wäre auf jeden Fall mal Nische. Wir schreiben es uns auf. Ja, und dann sehe ich endlich Robocop 2. Weil der ist auch nicht bei irgendwelchen Channels verfügbar gewesen. Hätte ich noch mal leihen müssen. Was allerdings in einem Channel verfügbar ist, den ich gratis austesten konnte. Wildes Konzept, immer noch diese Prime-Channels, die man quasi die ganze Zeit frei austesten kann. Ich habe noch nie dafür bezahlt. Nämlich das Remake von 2014, was ich mir dann auch noch angetan habe, möchte ich sagen. Ja, auch darum wird es gehen in dieser Folge. Wir besprechen das nicht ganz so umfassend. Ich hatte ja so ein bisschen gehofft, dass wir im Stile unserer Folge zu The Departed und Infernal Affairs so Vergleiche ziehen können zwischen Original und Remake. Weil da sind durchaus einige mehr interessante Veränderungen als Parallelen vorhanden, sagen wir es mal so. Wollte kurz sagen, wenn du da parallel ziehen willst, dann wünsche ich dir viel Spaß. Ich weiß nicht, wie lange du Zeit hast. Nein, wie gesagt, die Veränderungen sind interessanter tatsächlich. Ja, wir kommen auf jeden Fall drauf zu sprechen. Allerdings würde ich sagen, wir starten jetzt erst mal mit dem Original. Und die Leute da draußen, die sie noch nicht gesehen haben, interessiert bestimmt, worum es geht. Ja, und wie immer bei unseren Klassik-Talks die Warnung, wir nehmen keine Rücksicht auf Spoiler. Das sollte bei so einem Film hoffentlich klar sein. Und zumal auch hier nicht unbedingt der Spaß gemindert wird, wenn man weiß, wie die Geschichte ausgeht. Robocop von 1987, Regie Paul Verhöfen, spielt in Detroit, in einem Detroit der Zukunft, mit einem dystopischen Detroit der Zukunft, in der ein Konzern namens OCP das Monopol auf alles hat. Also die stellen sowohl Frühstücksflocken als auch Kriegsgerät her und haben auch die Polizei, die Verwaltung der Polizei übernommen. Gewalt, Drogen, Kriminalität an der Tagesordnung in dieser Stadt. Und ein gewisser Clarence Boddicker, unser Antagonist, der ist bekannt dafür, dass er sehr viele Polizisten umbringt. Also Polizistenmorde hier auch Thema. Einer dieser Polizisten, unser Hauptakteur, Alex Murphy, Peter Weller spielt den, wird versetzt in ein Department, in einer sehr schwierigen Umgebung. Und am ersten Einsatztag wird er mal direkt von Boddickers Bande aufs Brutalste hingerichtet. Und ja, sein Leichnam geht in den Besitz von OCP über, ist vertraglich so geregelt. Und die machen aus dem Robocop, denn ein junger Aufstrebender, ein junges Ausstrebendes Vorstandsmitglied bei OCP will sich durch dieses Projekt in der Rangfolge, in der Hackfolge nach oben arbeiten. Der Film geht 102 Minuten und ich würde sagen, ist einfach in dieser Lauflänge unfassbar unterhaltsam erstmal. Also der macht einfach Spaß, tatsächlich. Weil halt, klar, du hast Action-Elemente dort drin, allerdings würde ich sagen, die sind fast unwichtig. Irgendwelche Verfolgungsjagden oder sonst irgendwelche Schusswechsel. Weil du hast immer wieder eine Mischung aus bissigster Satire und absolut ein Gemetzel. Und das ist zwei Sachen, die mir sehr viel Spaß machen, persönlich. Du hast zum Beispiel, der Anfang ist schon toll, wenn du diese Tagesschau hast quasi, diese News-Sendung, die aber in dieser dystopischen Zukunft natürlich durch Werbung unterbrochen wird. Und diese Werbung natürlich auch sehr, sehr zynisch gestaltet ist. Und ich meine, es war durchaus eine Überlegung wert, ob News in der Zukunft durch Werbung unterbrochen werden. Und meistens wundert es mich bis heute, dass es noch nicht ist. Aber vielleicht amerikanische Sender, ich weiß nicht, so CNN-News ist da mal so ein Werbepunkt dazwischen. Boah, da fragst du mich jetzt. Ich weiß ja, in den USA ist ja auf jeden Fall die Werbestruktur ein bisschen anders. Hier in Deutschland hast du ja so im TV so zwei etwas längere Blöcke und in den USA hast du ja eher so zwei-, dreiminütige Blöcke, Werbeblöcke, die aber wesentlich höherer Frequenz kommen. Also es kann gut sein, dass da Nachrichten auch durch Werbung unterbrochen werden. Aber ja, natürlich, Paul Verhöfen hier, der Niederländer, der in die USA kommt und so ein bisschen von dieser Medienlandschaft erschlagen wird und so ein bisschen verdutzt ist, wie das eigentlich alles aussieht, wie das Fernsehprogramm hier aussieht, wie bunt und aggressiv das ist, verarbeitet hier natürlich satirisch seine Eindrücke von dieser US-amerikanischen Medienlandschaft, indem er halt wirklich in diesen Nachrichten und Werbungssequenzen Gas gibt, würde ich mal sagen, auf satirischer Ebene. Ja, da geht es dann irgendwie um eine Rede des Präsidenten, die von der Star-Wars-Plattform aus im All gesendet werden sollte. Aber da ist halt die Schwerkraftkontrolle ausgefallen. Deswegen spämen da alle rum. Und in Pretoria, da gibt es eine weiße Militärregierung, die eine Atombombe einsetzen will. Also es wird direkt klargemacht, okay, nimmt das hier nicht allzu ernst, beziehungsweise ich mache mich hier auch so ein bisschen über euch lustig. Aber das ist auch im Wesentlichen, na ja, der Satirische geht noch ein bisschen weiter, äußert sich vor allem darin, dass dieses ganze Setting, dass viele Figuren, dass auch der Gewalt gerade sehr überzeichnet sind in allem. Aber es ist nicht die gewitzte Adam McKay-Satire, die man heute vielleicht so mit filmischer Satire assoziiert. Nee, du hast eigentlich im Kern, hast du einen sehr ernsten Film und er nimmt sich selber auch sehr ernst. Also die ganze Welt, selbst wenn da der Forschungsmitglied Dick Jones heißt, wird zwar immer wieder daran gedeutet, dass sein Name sehr lustig ist, aber das wird dann nur gemacht, um ihn zu ärgern. Aber niemals, weil der Name witzig ist. Ja, Dick ist doch die Abkürzung für Richard, was ich bis heute nicht verstanden habe, wie die Amerikaner draufkamen, Richard mit Dick abzukürzen. Aber na gut. Und, ähm, aber trotzdem hast du immer wieder so einzelne Momente, dadurch, dass dieser Film sich so dermaßen ernst nimmt, dass es einfach dadurch schon lustig ist. Auch diese überzeichnete Gewalt gerade, das hat schon was Tarantino-mäßiges, äh, wenn da irgendjemand halt komplett zersplattert wird. Und du weißt ja, das wird so Robocop. Aber der wird halt so dermaßen hingerichtet und durchlöschert, dass da eigentlich nichts mehr existieren kann. Quasi bis auf den Kopf, obwohl er kriegt sogar einen Headshot. Genau, genau. Lass uns doch mal über den Böse besprechen, der, wie ich finde, auch irgendwie mit in dieses Bild wunderbar reinpasst, indem das so, wie hat es Letterboxd irgendwo eine Kritik beschrieben, so ein Mitte-40-Jähriger, Halbkratze, dicke Brille und eigentlich von außen aussieht, als wäre es irgendwie jemand, der eher in den ersten zwei Minuten erschossen wird. Und hier aber durch Performance. Hat mich optisch ein bisschen an meinen Opa erinnert, um das Nummer eins, um die ähnliche Frisur, ja. Ja, sehr schön, deine Zukunft, haartechnisch. Aber dadurch, dass erstmal die Performance von Kurt Will Smith und an sich, wie gesagt, passt das so wunderschön rein, weil das wieder so ein stilistisches Element ist, dass das jetzt irgendwie hier so ein Nerd der Unterwelt quasi ist, der aber komplett skrupellos ist und auch wieder komplett überzeugt. Wie du schon sagst, der kaut die ganze Zeit Kaugummi, macht irgendwie die erstbeste Frau, die er sieht an, direkt irgendwie blöd an, ist komplett gewalttätig, hat null Skrupel, also da gibt es keinen inneren Konflikt oder sowas, der ist einfach böse, was wir ja normalerweise gerne kritisieren, solch böse Wichte, böse des bösen Willens. Hier passt es natürlich wunderbar rein, weil er will einfach nur Macht und Geld und es geiert darauf. Allerdings nicht um jeden Preis zum Beispiel. Also er meinte dann so, wenn er den Robocop sieht und der zum ersten Mal vermöbelt, geht er zu seinem Kumpel Dick Jones und sagt ihm irgendwie, ja nee, das kannst du vergessen, gegen den trete ich nicht an. Und erst als er dann sagt, ja, aber wir haben bald zwei Millionen neue Arbeiter, die alle Drogen, Prostituierte und Waffen kaufen und Glücksspiel brauchen. Das ist was anderes, ja. Aber er verrät zum Beispiel auch instant jedes Geheimnis, sobald er da vermöbelt wird. Schön schmierige Figur. Ja, er ist ja quasi der offensichtliche oder der böse Wicht in der ersten Reihe, aber der eigentliche Antagonist ist ja eben unser Dick Jones. Der Kapitalismus. Der Kapitalismus, ja, genau, verkörpert durch Dick Jones. Der Vizepräsident von OCP, der natürlich das Ganze nach oben schaffen will, der hier sein Projekt hat mit diesen vollautomatischen Wachen-Ad 200.0 oder wie sie hießen. Diese Roboter-Dudes, die auch sehr, schöne Animatronics, sieht sehr niedlich aus, wie die sich bewegen. Sie sehen, das ist schon putzig, die kleinen Dingerchen, oder? Ja, besonders, wenn sie keinen Trippen laufen können. Ja, und dann runterfallen und schreien und ganz jämmerlich jammern. Fataler Konstruktionsfehler. Ja, aber er ist ja eigentlich. Ich meine, wir spoilern hier vorher raus, das ist einfach eine sehr schöne Auflösung, quasi wie er besiegt wird, indem er nicht irgendwie in die Luft gejagt wird, der Roboter, oder sonst was, sondern indem er einfach kompletter Konstruktionsfehler ist, irgendwas, was schnell auf den Markt geworfen werden muss, um Geld zu scheffeln. Und deswegen kann er halt einfach keine fucking Treppen gehen. Eine Killermaschine, die keinen Treppen gehen kann. Ich musste lachen. Also, ich fand es schon sehr gut. Nicht nur du musstest lachen, das halbe Kino musste lachen. Ja, aber wie gesagt, Dick Jones, der eigentliche Bösewicht, der hier so aus den Schatten agiert und natürlich seine Bodica anheuert, um dann auch seinen Konkurrenten auszuschalten, um sich da irgendwie Macht zu verschaffen, um sein Konkurrenzprodukt auch dann auszuknipsen. Und einfach diese Kombo aus beiden Bösewichtern, das ist so ein Double-Layer-Antagonisten, quasi gibt, das macht, glaube ich, den Reiz des Ganzen aus, dass es nicht den einen gibt, auf den sich das alles konzentriert, sondern eben die beiden. Ja, absolut. Also, du hast diese schnöde Unterwelt quasi, was man schon kennt, und diese Kapitalismuskritik, in dem irgendein böser Konzern halt die Macht hat und das halt dann quasi hier nochmal kombiniert. Das Böse ist böse, aber der Kapitalismus ist nochmal böse. Ja, sehr schön. Und dagegen geheilt wird irgendwie der Robocop als stoische Maschine natürlich. Und Peter Böller, ob er jetzt der beste Schauspieler des Universums ist, mag ich zu bezweifeln. Also, naja. Ja, aber er hat ein sehr prägnantes Kinn, das ist wichtig hierfür, und er läuft stoisch mit einer Waffe durch die Gegend. Ah ja, und du erinnerst dich vielleicht an den Mittelteil, der eigentlich ja, also bestimmt 10, 15 Minuten einfach nur eine Abfolge ist, wie Robocop irgendwelche Leute rettet und Menschen ins Gefängnis bringt. Dadurch dieser, unterlegt von diesem fantastischen Soundtrack, der direkt in die Playlist gewandert ist, mega geil, dieser Robocop-Marsch. Das Theme, oder was? Ja, ja. Das ist das erste Mal auch, nach 35 Minuten das erste Mal, ne? Ja, genau. Das ist das erste Mal, wenn er sich ins Polizeiauto setzt und losfährt und auf Verbrecherjagd geht. Genau, und dann sehen wir halt, wie er Verbrecherjagd. Also, dass auch dieser Mittelteil einfach, du könntest es auch schön in die Geschichte einweben, wie er dann ist, aber nein, als würde er so abstempeln, zum Dienst gehen, und dann sehen wir so einen Tag von, es fehlt noch, dass er einen Kaffee trinken würde und dann ein Schluck Öl. Irgendwie großartig, ja. Und er struggelt dann natürlich mit seiner Vergangenheit und mit seinen Gedanken, die natürlich noch in dieser Maschine sind. Ja, ja. Aber, ja, ob das jetzt der Main Aspekt ist, dass wir hier überlegen, was ist noch Mensch, was ist Maschine und sowas, ich finde, dafür ist der Film nicht ernst genug. Ja, ich sehe da drin schon, natürlich, ich als Sci-Fi-Fan, der immer dieses Thema Mensch-Maschine-Verhältnis sehr mag und schaut, wie das ausgearbeitet ist im Film, ich sehe das natürlich schon, das ist sehr präsent. Also, natürlich haben die Konstrukteure, die Ingenieure, Trotz allem, die wollten Gedächtnis löschen und so weiter, den menschlichen Faktor unterschätzt, das menschliche Unterbewusstsein, das sich dann doch nach oben kämpft, durch Erinnerungen, durch Träume wieder geweckt wird. Dann kommt er ja auf die Spur, wer er ist, wer ihn getötet hat, wer seine Familie ist. Also, die Familie spielt ja auch eine untergeordnete Rolle. Also, die taucht in Rückblicken auf und dann ist er ja im Haus, in dem er vorher gewohnt hatte, gelebt hatte mit seiner Frau und seinem Sohn und da kommen die Erinnerungen hoch. Und langsam kämpft sich das Menschliche zurück und später fällt dann ja auch die Maske. Und die letzten 15, 20 Minuten, das Finale, vor allem bestreitet er ja gänzlich ohne Maske und man sieht sein Gesicht in Gänze. Also, der Mensch in der Maschine kämpft sich langsam wieder zurück. Ich sehe da drin irgendwie sowieso auch in diesem ganzen Konzern-Polizei-Gedings, es ist eigentlich eine große Klassenkampf-Analogie, wenn man so möchte. Die Polizei will in Streik treten, die Konzerne werden immer monopolistischer. Die Arbeiter werden allmählich verdrängt durch Maschinen und wollen sich natürlich dagegen wehren. Also, die Polizei soll ja letztendlich, so ist der Plan von OSCP, durch diese vollautomatisierten Roboter ersetzt werden. Und das ist im Grunde Arbeiter-Klassenkampf-Geschichte, die hier abgehandelt wird, natürlich auch geprägt von der damaligen Zeit. Reagan und so weiter, alles sehr wirtschaftsliberal. Wall Street on the Rise und so weiter. Also, diese ganzen ... Was wäre, wenn wir der Wirtschaft quasi alles erlauben und alles gewinnorientiert damit gestalten? Und die Polizei gehört ja auch dem Konzern. Also, es ist ja quasi ihr Produkt, was sie dort machen. Und ja, Monopolkapitalismus dadurch auch entsteht, indem die Firmen natürlich sich gegenseitig aufkaufen oder halt solche Riesenkonzerne dann entstehen. Also, man kann diesen Film halt einfach als unfassbar unterhaltsam Actionfilm sehen, mit so einer leicht B-ige Note, trashig will ich noch nicht sagen, aber mit so einer leichten B-Note, weil das Kostüm, das ist ja jetzt auch nicht der absolute Hightech, sondern man sieht halt, okay, es ist schick, aber es ist halt irgendwie zusammengeklebtes Plastik. Auch die Effekte, also die handgemachten Splatter-Sachen und sowas, das ist natürlich geil und das spratzt ordentlich. Aber, also, ich würde schon fast behaupten, ich habe einmal sogar so einen Beutel platzen sehen, also den Blutbeutel gesehen. Das ist schon alles auch, aber das passt halt zu diesem Übertriebenen auch wieder, einfach, dass es nicht glatt gebügelt sein soll, wie vielleicht andere Robocop-Interpretationen das gemacht haben, sondern dass dieser Film halt auch so ein bisschen anarchisch sein soll, wie halt auch das Thema, was er darstellt. Und das macht er halt, wie ich finde, sehr schön. Also auch, ich meine, der hat eine Frau, ein Kind und läuft dann da rum und das ist halt, Peter Swellers Figur, der Robocop an sich, ist most boring protagonist ever wahrscheinlich. Also wirklich, ja, er wird halt getötet, ist ein Haut-rauf-Typ und hat Frau und ein Kind. Der ist halt ein Allerwitz-Typ, ne? Das hat er irgendwo auf die Toilette geschrieben, die Charakter. Also das ist wirklich ... Naja, also dieser Film setzt ja gar nicht viel Wert darauf, dass diese Figur charakterisiert wird. Die ist ja schon nach 25, 30 Minuten tot und die ersten 10 Minuten taubt so auch gar nicht erst auf, so gefühlt. Da geht es um ganz andere Sachen. Also die Figur selbst wird auch gar nicht ausdefiniert und so weiter. Und das soll, glaube ich, auch, ist auch die Intention dahinter, dass es nicht so eine krass ausdefinierte ... Nee, so eine Hülle. Genau, dass es eine Hülle ist, bei der man selber so ein bisschen ... Sie wird ja auch quasi zur mechanischen Hülle. Also das passt dann auch. Aber man soll gar nicht so, will gar nicht so das große Charakterdrama da draus machen. Sondern man hat halt irgend so einen Allerwitz-Typen, mit dem man sich irgendwie selbst identifizieren können soll, so ein bisschen. Und das ist ja auch, also mit Haus und Frau und Sohn, der führt ja auch das totale durchschnittliche American-Dream-Life. Ja, genau, so eine typische Durchschnittsfamilie der USA irgendwie auch. Also zumindest das, was aus dem Film und Serie immer vermittelt wird. Ja, das stimmt. Es ist auf jeden Fall auch dieses, dass der Sohn dann irgendeine Show schaut im Fernsehen und so sagt, ey, kannst du auch den Trick? Und das wird dann so sein Signature-Move, damit man sieht irgendwie, ja, jetzt ist er menschlich. Aber auch das, genau, das ist das Menschliche, was überbleibt. Und das ist ja auch das Erste, woran seine Ex-Kollegin daran erkennt, dass es wohl Murphy ist. Und sie setzt ja diese ganze, das alles so ein bisschen auch in Gang. Und bevor er diesen ganzen Wiedererkennungsprozess. Der Mensch findet sich in der Maschine wieder, bevor er von ihr komplett verschlungen wird. Sehr witzig auch noch die Art, beziehungsweise die Rolle der Forschung in diesem Film und des Labors quasi. Einmal, weil es eine sehr witzige Szene ist, wenn Robocop erstellt wird und wir sehen alles aus seiner Sicht und wie die Forscher dann gegenseitig Witze machen oder man sieht, wie sie Silvester feiern und irgendwie bekommt Robocop mal ein Küsschen. Irgendwie, weil sie ihn natürlich nur als Maschine betrachten. Ich habe letztens einen Podcast darüber gehört, über die ersten Maschinen, die ins All geflogen sind. Russische Maschinen, unter anderem so eine Dummy-Figur, weil sie noch keine echten Menschen hochschicken wollten. Und da haben die Forscher dann auch irgendwie der Figur dann so Zigarre in den Mund gesteckt oder irgendwie ihn komisch angezogen und sowas. Und deswegen musste diese Dummy-Figur irgendwann ausgetauscht werden, weil sie sehr ramponiert aussah, nicht durch die Abstürze, die er litten hat oder sowas, durch die Menschen, die ihn verunstaltet haben irgendwie. Also ich glaube, das ist ja Realitätsnitter. Die Forscher, die haben sehr kruden Humor, was mit ihren Testobjekten, würde ich mal klar sagen. Ja, das wird dann zum Teil des Teams quasi. Aber es ist natürlich schön, dass diese ganze Sequenz nur in POV, also in der Sicht von Robocop, gezeigt wird. Und auch diese Scanlines, die ja immer dann verdeutlichen, okay, wir befinden uns jetzt in seiner Sicht, ist natürlich auch von Terminator inspiriert, ganz klar. So wie überhaupt der ganze Plot, die ganze Idee, Mensch, Maschine und so weiter, da auch alles so ein bisschen eine Nachwehe von Terminator ist. Überhaupt auch eine interessante Geschichte, dass diese, es gab ursprünglich zwei Drehbuchideen dafür, die dann da zusammengewachsen sind. Und alles so vom gleichen Studio wie halt schon Terminator, die halt so an den Erfolg anknüpfen wollten. Und hat sich ewig kein Regisseur gefunden, einfach nur wegen des Titels. Und auch Werhöfen hat, wo er das Drehbuch sofort in den Müll geschmissen, als er Robocop drauf gelesen hat. Und erst seine Frau hat das Drehbuch aus dem Müll gefischt und es gelesen und hat halt auch einige tiefere Schichten entdeckt, die dann da doch drinstecken in diesem Film. Und auch noch mal ein Zitat von dem, was mir nach dem Kinobesuch von meiner Begleitung gesagt wurde, keine nervige Romanze drin. Und das ist ja auch ungewöhnlich für so ein Streifen, dass du gar nicht diese Romanze hast. Klar, du hast noch die Rückbeziehung zu seiner Frau, Genau, zu seiner Frau. Aber du hast jetzt nicht noch mal, du hast jetzt nicht das Wiedersehen und so weiter. Ich glaube, das kommt dann im zweiten Teil wahrscheinlich. Oder so eine Romanze angedeutet zu seiner neuen Partnerin da bei der Polizei. Sondern nö, das ist einfach schnörkellos und gar kein großer Ballast, was das alles betrifft. Sondern dieser Film ist einfach puristisch in dieser Hinsicht. Absolut, ja. Also dadurch, dass sowas ja auch wegfällt, hat der halt auch so einen Flow. Also der läuft, wie gesagt, ich habe es ja schon ganz am Anfang gesagt, die 100 Minuten laufen echt fluffig durch. Es ist halt immer irgendwas dabei, die satirischen Elemente, die Splatter-Elemente. Ja, und die eigentliche Geschichte ist halt, ja, das ist halt das, was er in den Müll geschmissen hat. Die Robocop-Rache-Geschichte ist ganz nett, aber ist nur das Vehikel für das, was er eigentlich aussagen will und das, was er sehr überdreht halt schön darstellt. Wollen wir denn noch einen kurzen Blick auf das Remake werfen? Wir können ja im März nur einen kurzen Blick auf das Remake werfen. Auch das hast du das erste Mal gesehen, ne? Das habe ich das erste Mal gesehen, ja. Ja, ich habe es das zweite Mal gesehen mittlerweile und ich war natürlich auch so der Meinung, ach, das ist ja eins von diesen typischen 2010er-Remakes von so alten 80er, 90er-Jahre-Action-Klassikern. Es gab ja auch ein Total-Recall-Remake mit Colin Farrell, was ich, glaube ich, bis heute noch nicht gesehen habe. Aber auch da wurde ein Paul-Weil-Höfen-Film in die Neuzeit gehoben unter gewissen Einbußen. Und ja, auch Robocop von 2014, Regie José Padilla, macht gewisse Abstriche, allem voran im Gewaltgrad. Natürlich ist das ein total gemainstreamter Film mit einer FSK-12-Freigabe. Kaum Gewalt gegen Menschen, die größte Gewalt noch gegen andere Roboter. Aber wie gesagt, das Interessantere sind nicht die Parallelen zwischen beiden Filmen, sondern die Unterschiede, die dort diese knapp, wie viele Jahre waren es? 27 Jahre, die sich da eingeschlichen haben und wie dieser Film quasi als Zeitdokument seiner Gegenwart funktioniert. Ja, also man kann ihnen vielleicht zugutelegen, dass sie versucht haben, was Eigenes zu machen, dass sie nicht Robocop, den 80er-Jahre-Film einfach kopiert haben. Weil das ist auf jeden Fall nicht. Das ist keine Kopie. Das ist eine eigenständige Robocop-Film. Aber das ist kein Robocop-Film. Also wenn wir das Original zugrunde liegen und für das, was dafür steht, dann Robocop, dann hat das nichts mehr damit zu tun. Da ist einfach nur eine Marke drauf geklatscht worden, damit das irgendwie sich verkauft. Also das ist an der Stelle kaum zu verbieten. Ich weiß nur, als Blade Runner 2049 rauskam und nur nicht rauskam, sondern nur so in der Mache war und alle schon gesagt haben, das wird eh nix und es immer faktischen worden ist mit Robocop oder mit Total Recall-Remakes, wo man gesagt hat, ja, diese 80er-Jahre-Action-Sci-Fi-Neuverfilmungen, die können eh nix. Und, ähm, naja, Daniel Winnef kann ja auch noch Robocop machen. Das wäre tatsächlich interessant, wie das vor allem ästhetisch aussieht. Ja, wenn wir auf die Ästhetik kommen, natürlich ist das alles sehr flach, sehr ... Das ist langweilig. Das ist super langweilig. Und, äh, der ... Aber, sorry, ich ... Es hat sich angestaut. Ja, gerne, gerne. Ich finde diesen Film noch nicht mal so furchtbar schlimm als als Film. War vollkommen okay. Who cares? Aber den fand ich einfach nur furchtbar, furchtbar langweilig. Nichts an diesem Film hat mich irgendwie dazu gerissen, irgendwie mehr zu fühlen für die Charaktere oder für die Geschichte oder sonst was. Es hat mich nix in den Bann gezogen. Das sah alles aus wie das Jahr 2014. Plus mit ... Ab und zu hat jemand ein Cypher-Gerät in der Hand. Irgendwas blinkt mal blau oder rot. Oder Robocop an sich. Und alle haben so ein Tablet in der Hand, ne? Ja. Und irgendjemand hat noch Vanquish ein paar Jahre vorher gespielt und fand das megageil. Für die Leute, die das Game noch kennen. Und ich hätte gern Vanquish-Film. Ja. In der Action von irgendjemand, der gut Action inszenieren kann. Aber die Action auch so unfassbar langweilig. Diese Schusswechsel gehen ewig. Und man sieht einfach nur zwei Leute, die sich gegenseitig in Deckung gehen und schießen. Deckung gehen und schießen. Und es ballert die ganze Zeit. Es passiert nichts. Die bewegen sich. In dieser ersten Szene, wo geschossen wird in dem Restaurant, du erinnerst dich, fünf Minuten lang bewegen die sich nicht. Bis er dann mal sagt, er geht mal raus. Ja. Und geht mal schauen. Aber dafür bewegt sich die Kamera ganz doll. Denn wir haben ja richtig schön intensive 2010er Wackelkamera, Jason Bourne-mäßig. Also, das ist natürlich ... Ja, gebe ich dir völlig recht. Und es ist auch unfreiwillig komisch, wenn dann unser ... Joel Kinnaman spielt hier die Hauptfigur. Wenn der das erste Mal in seinem Anzug erwacht und die ersten Schritte gehen darf. Und du siehst halt einfach, dass der da in so einem grünen Anzug steckt. Und es sieht halt einfach nicht gut aus. Und dann sagt er, oh, it seems so real. Und man denkt sich so, nein, es wirkt nicht echt. Es wirkt sehr künstlich. Weil es halt sehr flach aussieht alles. Ja, weil es sehr flach aussieht. Da könnte man auch wieder sagen, Zeit voraus. Heute sehen Serbfilme sehr oft so aus. Also, wir haben Menschen einfach nicht. Und es ist einfach alles perfekt ausgeleuchtet, selbst wenn du draußen bist. Und alles glänzt, es ist hochpoliert. Selbst der Anfang ist ja auch ... Boah, das ist auch schwierig, der Anfang. Da wird auch jedes Nahost-Klischee eingeholt, was man irgendwie sich vorstellen konnte. Dieser Anfang da in Teheran. Ja, 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 ja. Oder schon die ... Wo Teheran befreit wird, in Anführungszeichen. Ja, genau. Dann versuchen sie auch, diese satirischen Elemente irgendwie reinzubringen. Man hat die ganze Zeit Samuel Jackson, der so einen Mugul spielt. Die ganze Zeit, wir hatten drei oder vier Mal, der diesen typischen rechten Populisten spielt. So eine Alex-Jones-Figur, bloß halt ein bisschen stilvoller und nicht ganz so pöbelig. Aber schon irgendwie. Und der am Ende auch noch mal richtig schimpfen darf. Ja, das funktioniert alles tonal nicht, gebe ich dir recht. Auf Figurenseite muss ich zumindest zugutehalten, Gary Oatman hat mich als Figur dann doch gekriegt, als dieser Forscher, der im Bereich Prothesentechnik und so weiter einfach nur den Menschen was Gutes tun will, einfach nur Menschen eben retten will, aber halt damit hadert, seine Forschung finanziert zu bekommen. Und sich deswegen in die Fänge dieses von ... Oh, ich hab die Darstellernamen alle nicht. Von Michael Keaton gespielten Konzernbosses, dass er sich in seine Fänge begibt und halt dieses Projekt mitfinanziert. So, aber ich will jetzt noch mal auf die Unterschiede zu sprechen kommen. Weil die sind vielleicht subtil, vielleicht nicht ganz so auffällig, aber ich find's doch markant, das Erste betrifft die Darstellung der Polizei. Weil im Original ist die Polizei so eine unverrückbare Institution, in die alles Vertrauen geht und die Polizei ist das Maß aller Dinge und so weiter. Und jetzt haben wir fast 30 Jahre ... Mit gemischtem Duschen. Mit gemischtem Duschen. Aber dieser Polizei wird im Original null Misstrauen entgegengebracht. Das ist halt einfach die Staatsgewalt und der vertraut man. Okay, das Satirische untergräbt es vielleicht noch mal so ein bisschen humoristisch. Vor Gott sagen, humoristisch dargestellt, ja. Aber trotzdem 30 Jahre später hat sich das halt geändert. Wir haben ... Ich weiß gar nicht, wann Black Lives Matter war. Das müsste irgendwie um die Dreh sein. Aber wir haben in der Öffentlichkeit die Wahrnehmung von Polizeigewalt, rassistischer Polizeigewalt und so weiter. Irgendwie nimmt die Skepsis gegenüber diesem Gewaltmonopol der Polizei in den USA zu. Und entsprechend ist hier ein ganz wichtiges Thema innerhalb der Polizeikorruption. Es gibt korrupte Beamte und auch die Chefin von diesem Department ist dann korrupt, wie sich herausstellt. Und das wird aufgedeckt und natürlich auch missbraucht von Seiten des Konzerns. Ich möchte auch nicht sagen, dass sie nichts probiert haben. Also sie waren stets bemüht, ihre Vision umzusetzen und hatten auch im Ansatz auch gute Ideen, wie man das Ganze modernisiert. Und im guten Sinne modernisiert. Also einfach Robocop in das 21. Jahrhundert holen und auf heutige aktuelle Probleme umstülpt. Das machen die allerdings halt so flach und so komplett ideenlos, kraftlos und halt weder großartig satirisch noch sehr emotional. Also Dinge passieren dort einfach und das ist dann Gesellschaftskritik. Also das ist halt einfach nicht nur von die Bilder sind flach, sondern ich finde die gesamte Geschichte und die gesamte Ästhetik und alles das passt in dieses unfassbar flache Bild hinein. Da hast du keine doppelte Ebene. Da denkst du nicht drüber nach, ob da jetzt irgendwie Polizeigewalt das große Problem ist, sondern da sagt jemand und steht jemand, die Polizei ist gewalttätig. Das ist nicht gut. Also übertrieben jetzt. Aber Dinge werden halt ausgesprochen in Monologen und Dialogen erklärt, anstatt sie zu zeigen, anstatt sie irgendwie künstlich zu überdrehen oder sonst irgendeinen Kniff zu finden, sondern halt einfach nur dahin gepflenzt. Ja, gebe ich dir recht, als irgendwie sozial-gesellschaftskritischer Film funktioniert der nicht oder zumindest nur bedingt auch ... Ich könnte jetzt hier noch ausholen und das Thema ... Ich hole ein bisschen aus zumindest, was das Thema auch hier Verhältnis Mensch-Maschine betrifft. Auch hier soziale Netzwerke, Internet und so weiter ist seitdem nur dazugekommen und das Netz wirkt immer mehr so in den Menschen hinein und deswegen geht es hier auch nicht ... Also original geht es darum, die Maschine, der Mensch versucht, sich aus der Maschine herauszukämpfen und hier ist ja der Mensch zuerst da. Auch mit dem Ziel wird er ja konzipiert, dass er ein Mensch ist, der aber maschinell aussieht. Wird aber zunehmend seine Menschlichkeit genommen, sodass er zur Maschine wird und erst dann kämpft er sich zurück in seine Menschlichkeit. Aber auch hier quasi das Thema umgedreht, der Weg umgedreht, auch die Konzernabsicht bei ... Im Original wollen sie eine Maschine erschaffen, betonen auch immer wieder, dass dieser Robocop eine Maschine ist und kein Mensch. Und im Remake wollen sie ganz explizit, weil es eben rechtlich für sie schwierig ist oder unmöglich ist, Maschinen in den USA einzusetzen, wollen sie eben einem Menschen ein maschinelles Äußeres geben, um da das Image in der Bevölkerung zu beeinflussen und die Meinung in der Bevölkerung zu beeinflussen, was die Gesetzgebung betrifft. Auch das wäre ja super interessant, auch als Thema, wenn du sagst, ja, im Original kämpft er sich aus dieser maschinellen Hülle und hier sind wir so von Technik umgeben und leben damit, das ist das Thema, als vielleicht, wie geht der R mit der Technik um? Also wie verschmelzen Mensch und Maschine anstatt gegeneinander quasi zu arbeiten? Das sind ja alles super interessante Themen, die Science-Fiction-Filme auch sehr gut darstellen können. Nur der macht das halt nicht. Also, oder er macht das aber dann halt so, so dilettantisch, möchte ich schon was sagen. Ja, ich gebe dir, ich gebe dir recht, er geht, er geht null in die Tiefe, was das betrifft, aber als reines Zeitdokument, beziehungsweise gerade im direkten Vergleich, beide als direkte Zeitdokumente, finde ich es dann doch bemerkenswert, beide Filme im direkten Vergleich zu sehen. Und, ähm, das einfach, ne, 27 Jahre, ich muss immer noch mal rechnen, 27 Jahre waren das, zwischen beiden, liegen zwischen denen, und trotzdem hat sich das, äh, relativ, sehr, so viel verändert in dieser Zeit durch, durch Technik und so weiter, und, äh, wie sich das widerspiegelt, finde ich, äh, höchst interessant. Ja, ja, also auch, ich finde, was auch noch dazu zählt, ist halt einfach, dass das Remake, äh, absolut unfassbar starbesetzt ist, also du hast es ja eben schon erwähnt, Gary Oldman, Michael Keaton, Samuel L. Jackson, äh, Joel Kinnaman, ich weiß nicht, ob das damals, Joel Kinnaman ist kein Star, bis heute nicht, aber, ne, aber auch ein Name, den man auf jeden Fall, äh, kennt, er hat halt, Pech mit seinen Rollen, kann man das so sagen, oder, oder wird halt für seine, oder wird auch dafür gecastet, vielleicht haben wir irgendwann die Auferstehung des Joel Kinnaman. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, aber außer er kriegt irgendwann eine richtig gute Marvel-Rolle dann vielleicht. Stimmt, irgendein Superhelden spielt der doch, hat der noch keinen Superhelden gespielt? Ne, doch, der hat doch in, äh, Suicide Squad spielt er doch, von allen Schauspielerinnen auf diesem Planeten hat, wäre Joel Kinnaman der mit im Gewissen und sagt, ne, bei Superhelden spiele ich nicht mit, das wäre komisch. Nein, aber das Problem ist ja, dass er eben bei DC und eben noch nicht bei Marvel angehört hat. Ah ja, das geht ja. Man kann ja auch bei Marvel mittlerweile zwei Rollen spielen, äh, Robert Downey Jr. Grüße gehen raus. Ja, ähm, hoffen wir einfach noch, noch mal auf den Remake? Danny? Von dem, die wir nie wieder fern. Alle, alle Filme, die Remake werden sollen, irgendwie. Also, ja, ich glaube, ich glaube, die Marke ist nicht tot, es gab ja jetzt auch, war das dieses, oder letztes Jahr gab's ja ein, letztes Jahr, ne, gab's ein Videospiel zu, zu Robocop, was zwiespätig aufgenommen wurde. Ich glaube, Fans fanden das richtig geil. Als Spiel selbst war's so, okay, wenn ich das, ist mir die Überraschung war, dass es keine Vollkatastrophe war. Also, dass man gedacht hatte, ja, das ist jetzt einfach nur so ein Cashcrap und es wird komplett bescheuert, wie dieses Terminator-Spiel vor ein paar Jahren, was irgendwie auch lächerlich schlecht war, ähm, war es wohl in Ordnung. Und ich glaube, das überrascht einen schon, wenn irgendwas mit Robocop rauskommt heutzutage und es ist kein, kein billiger Cashcrap. Ja, also die Marke ist nicht tot und wir werden garantiert noch mal was sehen. Die Frage ist, Serie, ich glaube eher nicht, obwohl, also es könnte auch im Serienbereich sein, es gab ja schon mal eine Robocop-Serie, ähm, ob sich da irgendwie Netflix oder Amazon die Rechte sichern und dann eine Serie draus machen oder ob halt mal ein Film kommt, ob es dann, also wenn, dann wird er wahrscheinlich doch wieder in eine andere Richtung gehen. Kann mir gut vorstellen, dass die dann wieder ein bisschen Gewalt gerat, die das explizit ein bisschen hochschrauben. Ähm, Paul Verhoeven macht doch noch Filme, also kann doch noch, äh, Robocop. Also, zwei, im Reel 2 machen. Ich hab's in der letzten nicht gesehen, aber ich glaub, der hat weniger Lust auf, ähm, Chrom als auf Nacktheit, äh, in letzter Zeit, oder? Ja, er kann ja da was Neues, äh, installieren. Wie gesagt, die gemischten Duschen im Polizei-Revier Detroit äh, haben mich überrascht. Vielleicht, hey, wenn du so sprichst, Lula Guga Dagnino, wie wär's denn? Gut, bevor wir es hier zu weit abdriften, würde ich sagen, mach mal den Sack zu. Ja, es war eine robotastische, äh, Stunde mit dir, Dreiviertelstunde. Äh, Dito, und, äh, an der Stelle nochmal der Hinweis, ihr habt noch eine Woche, oder ein paar Tage auf jeden Fall, je nachdem, was ihr das hört, äh, Zeit, um an unserer Umfrage zu den besten Animationsfilmen teilzunehmen. Geht doch da auf kinotagesstelle.com und schaut mal unter macht mit, ähm, und, äh, investiert ein paar Minuten eurer Zeit. Oder Instagram. Twitter oder Instagram findet ihr. Findet ihr entsprechende Links. Ja, gerne auch eure Meinung zu Robocop oder Robocop Remake, ähm, Teil 2 muss dann reinkommen, wenn wir den großen Irwin Kirschner Marathon machen. In den nächsten, ich sag mal, fünf Jahren, äh, wird das vielleicht mal vorkommen. Ähm, ähm, oder Paul Verhöfen. Mach halt. Ob wir auf jeden Fall interessant, äh, genauso interessant war die, die Folge mit dir. Vielen Dank. Und wir hören uns dann nächste Woche mit einer sehr schönen Folge. Das kann ich jetzt schon mal versprechen. Ich bin gespannt. Bis dahin. Ciao, ciao.